Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute gibt es Filmfakten für euch. Fangen wir an mit Fakt Nummer 1. Im Italienischen bedeutet das Wort Vader, ähm, Toilette. Deshalb mussten die italienischen Filmprodukteure den Namen in Lord Venner umwandeln, weil das klingt dann einfach besser. Komm, machen wir weiter mit Fakt Nummer 2. Gut, also in Age of Ultron hat Captain America eigentlich einen Bart, also der Schauspieler. Und den verdeckt er immer. Und ja, und deshalb mussten die, deshalb mussten die Leute ihn einfach, den Bart immer wieder raus machen, weil er wollte ihn sich einfach nicht abrasieren lassen. Okay, kommen wir zu Fakt Nummer 3. In Fakt Nummer 3 kommt der Exorzist vor. Das ist ein Horrorfilm. Und weil merkwürdige Dinge am Set geschehen sind, mussten die Regisseure und so, ähm, einen extra, einen Pfarrer holen lassen, damit er das Set weiht, damit es nicht so gruselig wird. Krass, ne? Okay, machen wir einfach weiter mit Fakt Nummer 4. In manchen Horrorfilmen erschreckt man sich so sehr, dass man Kalorien verbraucht. Ich hab hier die Top 5 für euch vorbereitet. Okay, auf Platz 5 steht... Okay, dann machen wir weiter mit Fakt Nummer 5. In Iron Man wird Iron Man von einer Bombe getroffen und wird dann von Terroristen gefangen genommen. Und die reden dann miteinander so auf Arabisch. Und man weiß nicht, auf Arabisch, keine Ahnung, sie spoilern da den ganzen Film. Das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!